so das klaus wo bist du denn draußen was ist denn das für ein kleiner pümmel wie das einfach mal so zusammenpasst von der grafik und was macht das jetzt das produziert dieses gas das da kommt noch ein gas output sind dann wird das eine weitere maschine eingeleitet tust du damit fuel herstellen aber strom viel strom okay dann müssen wir das reicht das für uns alle oder wenn man es richtig anstellt dann ja dann müssen wir mal gucken dass wir unter dem gebiet wo wir sitzen vielleicht so eine art tunnel gang bauen von base zu base dass wir dann cable lang legen können weil ich habe noch eine handvoll energie kabel ich habe noch was abzuholen guckst du mal kurz hier oben rein also das ist halt der tank wo das fuel rein kommt und aus dem wird das raus gepumpt in die fuel oder hier hinten fehlt halt noch einer dass du hier hinten dann dass die maschinerie aufbaust womit man fuel herstellen können dann müssen wir sehen dass wir das irgendwie halb automatisieren oder so ja da brauche ich warte mal was brauchen wir dann ja ja drei stück brauchen wir davon drei stück von dem wet hast doch genug dash bekommen ja das kann ich auch dann gleich eventuell herstellen und ich mache jetzt die dings hier die 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 fluid cables und dann passt das alles also du kannst maximal mit einem also mit einer mit einer maschine davon 10.000 rf pro tick herstellen läuft wenn du eisen brauchst kommst du hierher wir haben jetzt schon mal 64 stück und 44 und der rest brennt und es brennt noch eine handvoll durch also kannst du dich bedienen so hier in sort out ja gut das also momentan haben wir brauchen aber dann haben wir auch unendlich strom wir können ja auch zwischendrin noch kapazitäter banks anbringen dass ein bisschen was gespeichert wird so dann einmal hier und extra ernsthaft ach ich liebe paul aber das braucht halt massen weiß die hier solle oder halt irgendwas zum heizen wir haben eine automatische holzfarbe und ihr auch machst du das klein zu slabs tust du halt eine diakiste und hopper dazu dass das automatisch rausgezogen wird oder eine item leitung und die diakiste voll mit slabs und dann hast du an was brennstoff also das soll nicht das problem sein ist das flüssig oder gas ist eigentlich luft aber das kannst du per fluid cables transportieren guck mal nach wie ich das gebaut habe also bei sky war da auch irgendwas mit gas das habe ich dann mit fluids gemacht fluid intake fluid output ja gut okay das ist fluid das ist flüssigkeit dann wird das in dem gas ding da erhitzt und dann gut iron turbo dann haben wir da schon mal 300 und los desla so halb wird mein liebes output output so da rein und da rein und da Ja, ne, doch, ähm, hier ein bisschen was rein, unten muss ein bisschen was rein, da ist sogar noch drin, das ist gut, wieder drei weitere Enderperlen, so, ähm, so, ähm, ich will jetzt mal so ein Eis schlupfen lassen, ähm, press a shift for more info, slime-egg-eggs once cracked with the players bare hands, with some hatch into a pet, Gesundheit, ähm, ja, genau, ähm, ja, die Frage ist jetzt, wenn ich das Modpack auf Deutsch stelle, wird mir das dann auch auf Deutsch angezeigt oder nicht? Ich glaub nicht. Obwohl, warte mal, es wird doch alles übersetzt. Oh, muss nicht sein, nicht alles wird übersetzt. Strag das jetzt einfach mal mit mir rum. Ähm, hast du noch, hast du, hast du, hast du, ah, ne, hab ich schon, gut. Seh, ich glaub ja, dass ich das noch habe. Obwohl, ich brauch Redstone. Ähm, ja, Gesundheit, da muss ich selber erstmal gucken, ob wir was haben. Wenn nicht, woher bekommt man nochmal Redstone? Wir haben zwei Stück. Wow. Äh, Redstone aus Moonturf. Ja gut, das sieb ich ja momentan nicht durch. Alla, ich hab doch das sieb von den anderen. Kann ich doch hier meine Konstruktion ein bisschen erweitern? Genau, das wäre eine Möglichkeit. Und dann könnte ich hier Moonturf nutzen und mit, genau. Ähm. Dann schneide ich das in den Pilkompressor. Dann bekomme ich wieder Eisen und Kupferhaut. Dann bekomme ich wieder mit dem Kupfer. So. Wenn ich das jetzt hierhin stelle und die Transfernote da ran mache, wird das da reingeholt. Genau. Ähm. Dann kann ich hier das Stromkabel legen. Dann kriegt das zwar nicht allzu viel Saft ab, aber ein bisschen was. So. So. Intake da. Habe ich da schon? Dann muss ich hier. Kann ich dort ne Kiste hin setzen? Machen wir das so was. Zack, 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 zack. Jetzt gebe ich gerade Moonturf durch. Ähm. Jetzt brauche ich das genau. Ähm. Ja gut. Ich habe einen Gastrainer. Ja. Ja. Das bringt ja halt nicht viel. Ja, ich weiß aber besser als nicht. Ich brauche so einen... Hey, nee. Jetzt habe ich den... Nee, hab ich den nicht gut. Ich bin sehr gut. Okay. Jetzt brauche ich eine Turbine. Ja gut. Dann würde ich mal sagen, besorg dir eine. Ähm. Die Entscheidung ist halt jetzt einfach nur... Welche sollen wir nehmen? Es gibt halt ne Vibrant Turbine. Mhm. Die machst du aus... Ähm. Ach ne, die ist noch zu teuer für uns. Oder? Machst du aus Gold, ähm, Glowstone und Redstone. Und das machst du dann wiederum, ähm, nochmal mit einer Enderperle. Okay. Ja, ne, das ist zu teuer für uns. Das ist... Scheiße. Also, wir haben hier drei Enderperlen. Wir haben hier einiges. Das ist es ja. Nee, ich mache erst mal 311 pro Tech. Da hinten bist du. Ich grabe mich jetzt einfach mal just for fun zu dir. Okay. Ähm. Iron. Und das dann mal vier. Ja, das dann nicht. Ähm. Na, dass wir hier jetzt schon mal so eine Art Tunnelsystem haben. Angefangen haben. Ja. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 1 2 3 4. Ähm. Du bist da oben. 1 2 3 4. Ich hoffe mal, ich komme jetzt nirgendwo raus, wo ich was kaputt mache bei euch. Wolltest du nicht, wenn du aus der Richtung kommst? Ich komme direkt von vorne. Das hört sich so falsch an. Ach, da kommt die nur so vor. Äh, hier. So, wir generieren Strom. Ich bin gerade bei euch angekommen. Genau unterm Endstone lang. Ja, du musst halt den Weg noch eins weiter rüber. Oder zwei höher. Aber Ike, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, wie viel Strom wir generieren. Da ist schon voll, da sind 100.000 der F. Dann baue es ab und ich baue den Tunnel zu Ende. Dann können wir den unten anschließen. Ähm, das mit dem Endstone hier überlasse ich mal dir. Weil du weißt ja ungefähr wo du es hin haben willst. Ja. Ich habe bei uns mit dich angefangen. Also muss ich hier was wegnehmen. Und hier, dann mache ich den Gang nämlich 3x3. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. So, jetzt brauche ich noch den Flux Generator. Scheiße, ich brauch Gold. Ach egal, ne, hab ich. Ja, warte mal, scheiße. Äh, was will ich denn machen? Machen wir jetzt da einen Zug, Zug. Ähm. Ja, genau. So. Oh. Aber wir werden den anderen mal nichts davon sagen. Wir bauen einfach mal so eine stinknormale Tür hin oder sowas. Und wir sind mal gespannt, ob die dann auf die Idee kommen, durch die Tür zu laufen beim nächsten Mal. Mhm. Das wäre lustig. Jetzt ist hier, jetzt mache ich so eine... Ähm. Electric, wie hieß das? Kriegst du nicht bei irgendeiner Quest auch Turbinen? Äh, ja, die habe ich schon. Das habe ich ja gleich ausgenutzt, dass ich da... Ähm, no. Vorher hast du davon die Sache noch, dass du mir die zuwerfen kannst, weil dann könnte ich die Quests auch einlösen. Ähm, das war ja das mit dem... Äh, Servet und... So ein Kack. Was solltest du eigentlich schon haben? Nein. Steht 0 von 1. Weil ich das ja nicht in der Hand hatte. Äh, schon. Ähm. Ähm. Ich habe gerade was bemerkt. Wo hast du denn? Q-Idee. Wie macht man ein Q-Idee? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das ist. So eine Q-Idee? Das hört sich an wie so eine Geschlechtskrankheit. Ja. Q-Idee. Okay. Als ob. Man braucht dafür Eye of Ender. Ja. Verbrannten Quarz. Diamanten. Obsidian. Und... Eye of Ender könnten wir hier herstellen. Also wir haben 3 Enderperlen und wir haben Blazerods. Blazerods habe ich auch. Aber ich glaube nicht. Keine Enderperlen. Enderperlen habe ich 3 Stück. Heise. Weil wir brauchen nämlich was zur Stromübertragung. Das Problem hatte ich da nämlich auch, dass Snow über den extra Utilities da ging. Mit dieser komischen Node, der Strom überträgt da. Aber wenn nicht. Ja, Obsidian braucht man auf jeden Fall. Hammer. Also 5 Enderperlen auf jeden Fall. 6 Enderperlen. 8 Enderperlen brauchen wir. Ach ne. 3 Stück haben wir und die Pflanzen sind gerade am wachsen bei uns. Hm. Die anderen haben ja keine Enderperlen. Seid ihr? Und? Und mit Kalzium? Und deine andere Enderperlenpflanze ist ja hier auch auch schon auch schon gut ausgegeben ausgewachsen, die kannst du auch erbernten. Wie denn? Na, abbauen. Na gut. Geht doch ganz einfach. Gut, dann haben wir jetzt eine mehr. Muss ich halt nur noch die andere finden. Aber ich bin mir sicher, dass ich noch eine hatte. Bei uns, die hast du auch schon abgeholt? Äh, nee. Ach, hier ist meine. Wo war denn jetzt eigentlich das ganze Gelumpet? Der Wett war doch hier unten, oder? Ne. Doch, der Wett war da unten. Echt? Ja. Lass mich doch mal runter hier. Ähm, hier. Hier ist Spawn Enderman. Kann ich mir den nehmen? Ja, du kannst dir alle Eier nehmen. Gut. So, Enderperlen, die nehme ich dann gleich mal mit. Ja, das bringt nichts. Ich muss die Wett selber craften. Scheiße. Weil die schon mit Strom voll ist. Na dann. Scheiße, wo ist mein Schwert. Da ist mein Schwert. Ich bin grad hier unten am Gangbauen. Da bist du. Hat er was gedroppt? Nö. So, mein Liebes. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da hat er. Ah, da hat er was gedroppt. Jetzt. Da hat er nichts gedroppt. Egal. Dann hab ich erstmal, dann brauch ich erstmal. Oh, da ist ja noch eine. Du. Mensch, erschreck mich nicht so. Der ist hier unten. Und er hat einen Kopf und eine Perle gedroppt. Nice. Ich hab's hier in die Kiste gelegt. Ja, ja. Hast du denn noch Dash? Beziehungsweise kannst du noch eine Wett herstellen? Weil wir werden bestimmt mehrere brauchen. Ach so. Äh, ich hab noch Dash. Würdest du noch eine herstellen und die, wenn's geht, nirgendwo anschließen? Wenn die Fert ist, direkt mal zu mir werfen? Äh, die musst du craften. Ach so. Äh, dann stellst du mir mal so weit alles her, dass ich bloß noch die Einzelteile zusammen craften brauch? Ja, warte mal. Und der Wett. Da, so, was brauchen wir noch mal? Ach, Glas. Ah, das hab ich. Gut. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Alter, ich möchte nicht wissen, wie viel Eisen ich heute verschwinden habe. Vier. Vier. Oh ja, viel. Sehr viel. Da. Ja, wie gesagt. Wenn dann hier alles, äh, verbunden ist, dann könnt ihr zu uns ins Lager kommen und euch bedienen. Sechs. Gut. Ähm. Zack, zack. Das hier baue ich jetzt mal ganz kurz ab. Habt ihr noch Eisen? Ja, geht zu uns ins Lager. In der Eisen. In der Eisenkiste. Und du kannst auch bei den Öfen gucken, die bei den Dingskabeln sind, ach, bei den Dingsmaschinen sind, von Galacticraft. Da ist auch nochmal, wird nochmal Eisen durchgebrannt. Ja, ich hab mir die ausgenommen. Ja, warum gehst du nicht in den Tunnel? Das ist zwar noch nicht ganz fertig, aber... Es wird langsamer. Oh, das war richtig cool. Mensch, du. Ich brauch Brennstoff. Ach, und ich brauch nochmal das... Geht das mit, auch mit Sonderkohl? Nein, geht's natürlich nicht. Och. Tyrox verzweifelt. Ja, gut. Weißt du, was wir da machen? Dann machen wir einfach so. Dann machen wir... Ne, das ist... Dann machen wir einfach klein, ja. So, und dann, was wir da machen? Warten. Okay. Du wirst schon richtig fliegen. Glaub schon. Ne, ich mein, glaub nicht. So, jetzt muss ich gerne mal gucken, woraus es Redstone gab. Ähm... Aus... Moonturf. Gott, wo findet man das? Ach, das ist ja ganz oben an der Oberfläche. Naja, da holen wir uns wohl schnell davon was, damit wir an Redstone kommen. Äh... So. Boa. Ja, da, da. Ja, da, da... Ja... Da, da! Ja, da, da, da... Ja... Ja, da, da.